Heute ist der Tag gekommen, auf den ich mich schon seit Monaten freue. Ich kann Ihnen endlich ein neues, ultimatives Produkt aus dem Bereich der alternativen Gesundheit vorstellen. Die DVD Gesundsein Lernen durch Drachem Törschigau. Es ist dank der unermüdlichen Arbeit der IKGV Jahr für Jahr leichter geworden, einen entscheidenden eigenen Anteil zur Gesunderhaltung und Selbstheilung beizusteuern. Weshalb ist Gesundsein Lernen durch Drachem Törschigau so wichtig für Sie? Ich werde Ihnen drei gute Gründe dafür nennen, die Sie überzeugen werden. Egal wie Ihre Befindlichkeit ist, jeder kann vom Gesundsein Lernen profitieren, denn es ist einfach in der Anwendung. Ganz egal was Sie glauben, jeder kann sich auf Gesundsein Lernen einlassen, denn es ist vollkommen natürlich. Und Ihre Zeit ist gut investiert, denn Gesundsein Lernen ist wirkungsvoll. Sie werden verblüffende Resultate zu verzeichnen haben. Nehmen Sie jetzt Ihr Schicksal in die eigenen Hände und bestellen Sie sich auf www.chigongonline.de. Gesundsein Lernen durch Drachentörschigau. 20 Uhr 20 Uhr 70 Uhr